Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch und hiermit eine kleine Information zur Episode 24 von Austria. Bedauerlicherweise hatte auch bei dieser Episode YouTube leider keine Lust, das Ganze rechtzeitig zu verarbeiten, beziehungsweise hat das Ganze als doppelten Upload festgestellt, was für mich keinen Sinn macht, weil die Episode ist logischerweise noch nicht nochmal hochgeladen, aber das ist mir jetzt auch eigentlich relativ egal. Weil die YouTube besagt leider Gottes, dass diese Episode deswegen jetzt nicht pünktlich rausgekommen ist, sondern erst in vier Stunden zur Verfügung stehen wird, weil dann die ganze Situation hier fertig verarbeitet hat. Das bedeutet, circa 18, 19 Uhr wird die Episode 24 von Austria heute erst online kommen. Wie üblich. Vielen Dank für euer Verständnis. Tschüss.